Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Tags Tagesausblick und so ein bisschen auch was in der letzten Woche passiert ist, warum ich nicht online war. Darauf werde ich gleich eingehen, aber dann geht es auch gleich los für den Ausblick für Montag, den 19.08.2024. Hi, der eine oder andere hat es ja gemerkt und auch mich angeschrieben. Vielen Dank dafür die Anteilnahme. Mein letztes Video war letzte Woche Montag und ich habe noch ein Posting auf meiner Webseite unter Tagesanalysen noch hinterlassen, dass ich erstmal nicht mehr so online bin. Das liegt daran, dass es bei uns zwei familiäre Notfälle gab. Zum Glück war der zweite Notfall nur ein Blechschaden, also aktuell besitze ich kein Auto mehr, kein Personenschaden. Also alle sind wohl auf, aber das Auto ist nicht mehr vorhanden und da gibt es auch einiges zu regeln. Ansonsten muss ich mich aktuell ein bisschen um andere Dinge kümmern, werde aber sobald es dann halt wieder weitergeht, euch da auch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr natürlich den Kanal abonniert, dann kriegt ihr ja auch mit oder die Glocke aktiviert auch vor allem mit, wenn ich mal wieder ein neues Video online stelle. Ansonsten lasst mir doch gerne mal einen Kommentar, ob ihr meine Analysen vermisst habt oder nicht. Das hätte mich einfach mal an der Stelle interessieren, so nach einer Woche Pause, ob das für euch entscheidend war und wie ihr ohne meine Analysen klargekommen seid. Also wenn ihr Lust habt, gerne einen Kommentar nach unten da lassen. Gut, ich hatte es ja letzte Woche oder die Woche der Forschung auch gesagt, dass mit der starken Hammerkerze der Markt, der im Wochenchart, den ihr jetzt hier seht, durchaus seine Ziele auf der Unterseite erreicht hat. Wir sind in ein letztes lokales Hoch reingelaufen, von daher eigentlich alles gut, um halt auch hier von hier aus dann nach oben wieder durchzuziehen. Und das hat der Markt in der letzten Woche ja doch relativ gut gemacht. Spannend im Wochenchart wird es dann eigentlich erst, wenn wir hier oben in das Hoch reinkommen, dieser letzten Kerze, in diesen Docht hinein. Weil das war ja auch der Beginn der Abwärtsbewegung, also hier oben in diesen Bereich hinein. Da wird es dann sicherlich interessant, ob der DAX dann noch die Power hat, aus diesem Tief heraus dann auch höher zu gehen und auch vielleicht zu versuchen, die nächsten Widerstände hier in Richtung Allzeithoch zu knacken. Das ist eigentlich das, denke ich mal, worauf man jetzt schauen kann. Also sprich, nach oben hin so in Richtung 18.500, 18.600 ist durchaus noch Potenzial hier auf der Oberseite. Und auf der Unterseite ist natürlich auch durchaus Potenzial da, wenn der Markt halt hier wieder ein bisschen runter geht, vielleicht auch in dieser Woche, die letzte Woche ein bisschen korrigieren will. Bis jetzt am Montag muss man ja, das sieht man ja hier auch aktuell, ist die Überlappung halt ja extrem gering. Ich markiere das hier nochmal gerade in gelb, sieht man so ein bisschen besser, dass die Überlappung sehr gering ist. Also von daher darf das natürlich dann auch von mir aus durchaus korrigieren in Richtung der nächsten Unterstützungen auf der Unterseite, um einfach die letzte Woche ein bisschen zu korrigieren, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. So, wir sehen jetzt hier den Tagesschart der Zeitdarstellung 8 bis 22 Uhr und wir sehen nochmal markiert hier mit den roten Punkten, dass wir fast immer die ganze Zeit in der Erholung stetig höhere Tiefs hatten, was eine sehr, sehr dynamische Erholung ist. Man könnte ja auch von einer V-Formation reden, bedeutet bei so einer Erholung, dass diese Erholung hier vor allem Intraday nur Rücksetzer gab, die dann sofort gekauft wurden. Also der Markt hat sich hier erholt, ist zurückgefallen und konnte nächsten Tag wieder steigen. Am Folgetag dann nur ein bisschen Korrektur, dann wieder gestiegen, dann wieder ein bisschen Korrektur, dann wieder gestiegen. Hier hat der Marktanfahrt zugenommen und von daher ist das Ziel weiter auf der Oberseite. Der Zug fährt gerade sehr gut nach oben. Mal sehen, wo er denn gestoppt werden kann. Durchaus ein Ziel wäre, auf was ich als nächstes schaue, die 18.436, das höchste Tief im Chart von 8 bis 22 Uhr. Und dann hätten wir hier im Chart von 8 bis 22 Uhr noch die Kerze ohne Docht, die Tageskerze vom 1.8., wo der Markt dann halt sehr schnell runtergefallen ist. Das wären so meine Ziele auf der Oberseite. Und dann muss man halt mal sehen, wie schwer sich der Markt dann tut. Oberhalb dieser 18.569, ihr seht, da ist der Markt ja etliche Male drüber gegangen, konnte sich aber irgendwie hier nie so wirklich da drüber absetzen. Also neue Allzeithochs blieben ja auch da erstmal aus. Von daher, darauf wäre zu achten, wie geht es weiter mit diesen höheren Tiefs, die hier mit den roten Punkten eingezeichnet sind und was passiert, auch wenn sie mal gebrochen werden. Also für den Ausblick jetzt, also drauf zu achten wäre dann, wenn wir an das Tagestief vom Montag drankommen, gehen wir mal von aus, am Morgen, bin ich ja nicht online, geht es dann mal da drunter. Dann wäre drauf zu achten, wie verhält sich der Markt, wenn er dann hier runterfällt an das Vortagestief, sehen wir dort erstmal weitere Verkäufe, die dann die Korrektur auf Tagesbasis nach unten einleiten. Wir nehmen vielleicht die letzten beiden Tiefs relativ schnell raus, wenn sich die Dynamik wieder erhöhen sollte und damit auch die Volatilität. Falls wir geopolitische neue News bekommen, könnte das ja durchaus auch ein Katalysator sein für die Unterseite. Ansonsten für die bullische Seite wäre darauf zu achten, falls der Markt unter so einem Tief drunter fällt, was passiert, wenn wir wieder da drüber gehen. Dann kann es durchaus sein, dass wir dann Kerzen sehen, so wie hier auch davor, dass der Markt halt aus dem Tief heraus dann direkt halt wieder anfängt zu steigen. Und darauf wäre dann zu achten, wie das dann läuft. Also die Frage wird dann sein, wie verhält sich der DAX am Tief eines Vortages. Das gehen wir als nächstes in die Szenarien hinein. Hier sind schon Striche eingezeichnet. Das liegt daran, dass ich meiner Gruppe, die alle den Skype-Threading-Kurs gebucht haben, in der Skype-Gruppe heute Morgen eine schnelle Analyse gemacht habe. Bin aber jetzt erst im Büro, um euch das natürlich jetzt auch hier noch zu zeigen oder wollte das dann auch noch machen, nochmal nachholen. Also wir sehen jetzt aktuell hat der DAX im heutigen Handel auch nur einen Intraday-Unterstützungsbereich erreicht. Also es kam nicht, wie hier in rot eingezeichnet, zur Korrektur auf Tagesbasis, sondern bis jetzt hat der Markt hier im ersten Unterstützungsbereich, der sich aus dem 5-Minuten-Chart ableiten lässt, hier aufgehalten. Auf der Oberseite haben wir das Daily Level vom Freitag auch wieder erreicht, die 18.361,44, die uns ja schon im Juni und auch im Juli sehr oft begleitet haben. Da vielleicht auch auf meiner Webseite mal auf die Analysen einfach zurückgehen. Hier gab es auch entsprechende Reaktionen in diesem Widerstandsbereich, aber aktuell konnte der Markt da auch höher gehen. Also das heißt, der Widerstandsbereich hat erstmal seine Arbeit getan, aber die darunter liegende interne Trendstruktur hier, die wurde nicht gebrochen. Deswegen darf der Markt jetzt ja auch weitergehen. Ziele auf der Oberseite, blau heißt immer ein charttechnischer Punkt, 18.386, 18.400 als runde Markt. Und dann aus der Tagesschart abgeleitet, habt ihr ja gerade eben gesehen, die 18.436 als höchstes Tief im Daily, wohlgemerkt von 8 bis 22 Uhr. Ja, wann würde ich hier vielleicht eher auf alternative Short-Set abgehen? Dafür bräuchte man im Stundenschart irgendwie eine schwache Kerze, die dann vielleicht so ausschaut und dort auf der Oberseite hat, sodass man auch im Stundenschart dann vielleicht sieht, dass wir einfach hier über diesen letzten Hochpunkten nicht wirklich drüber kommen. Und wenn das gelingt, dann mit Bruch der 18.334 im 5-Minuten-Chart. Wir können auch gleich nochmal auf den Stundenschart gehen. Da sehen wir, der letzte Unterstützungsbereich ist das Tagestief von heute. Also im Stundenschart kann man eigentlich sagen, erst wenn es da drunter geht, ist die Aufwärtsstruktur gebrochen. Aber hier kann man ja vielleicht überlegen, wenn man mal mit den US-Börsen so eine schwache Stundenkerze sieht, ob da eventuell auch nach oben vielleicht der Markt halt erstmal fertig hat. Denn bis jetzt kann sich der Markt ja nicht wirklich sehr dynamisch hier nach oben absetzen. Von daher wäre darauf zu achten. Die alternativen Long-Szenarien, die ich heute früh dann auch noch mit aufgestellt habe, Also falls es ist, wenn der Markt hier etwas tiefer fällt, nach unten und dann diese Unterstützungsbereiche testet, das ist jetzt noch nicht eingetreten. Könnte aber sein, wenn wir hier den Strukturbruch auch auf Stundenebene sehen, dann würde ich schon mal schauen unter dem Tagestief von heute bei 18.281. Da würde ich dann schon nochmal gucken, ob der Markt da nicht vielleicht dann auch nach unten durchrasseln kann und dann auch in das Schrottszenario hier reingeht, wie das hier auch eingezeichnet ist. Dann muss man halt wirklich mal gucken, ob man da noch das alternativen Long-Szenario sieht. Denn je später es wird und je später der Markt halt von so einem Hoch aus nach unten kippt, desto mehr kann es auch sein, dass zum Ende des Tages hin auch Gewinnmitnahmen einsetzen. Darauf wäre dann halt zu achten. Also wenn der Markt mit den US-Börsen durch das Tagestief durchfällt, dann würde ich hier die alternativen Long-Szenarien, glaube ich, eher streichen. Man kann natürlich da auch gucken, ob da Reaktionen stattfinden, aber das würde ich eher als untergeordnete Wahrscheinlichkeit sehen, dass der Markt von diesen Niveaus dann, wenn er von einem neuen Hoch ausfällt, dann da wieder anhält und direkt dreht. Denn wenn man den Chart hier auch nochmal ein bisschen zusammenschiebt, dann sieht man ja auch, dass wenn der Markt mal von einem Hoch aus fallen sollte, ja, wenn man das hier zusammenschiebt, dann sieht man ja auch, da ist einiges an Korrekturpotenzial da. Ja, vor allem, wenn wir hier unter die 18.117 fallen und dann in diese lange Bewegung vom Donnerstag letzter Woche, wo wir sehr, sehr steil nach den News halt angestiegen sind, wenn das zurück abgewickelt wird, ist halt hier auch Platz in Richtung 18.000 Punkte auf alle Fälle möglich. Dann gehen wir nochmal schnell in den Stundenchart, damit man das nochmal am besten sieht. Hier ist der Stundenchart in groß für euch. Und hier sehen wir jetzt ja ganz gut, also wenn es mal im Stundenchart nicht mehr oder kein Stundenclose hier über den letzten Hochskip, ja, wie ihr vielleicht mal eine schwache Stunde hier bekommt, die dann so aussieht, keine Ahnung, mit einem Docht, dann kann man halt überlegen, ob man hier vielleicht dann auch die antizyklische Seite nimmt und vielleicht auf eine Trendumkehr setzt oder auf einen Rücksetzer in Richtung Tagestief von heute. Und das ist hier unten das Tagestief von heute, was hier ich gerade nochmal grün markiert habe. Dann wünsche ich euch für heute ganz viel Erfolg. Wenn ihr wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann bekommt ihr auch wieder mit, wann ich wieder online gehe. Ich weiß es nicht, wann es sein wird. Wie gesagt, habe jetzt hier auch erstmal einiges zu erledigen. Und dann sage ich einfach an der Stelle mal, ciao bis der Tage. Euer Heiko.